Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Pack Opening. Ich sag euch ja, ich kann es nicht lassen, diese beschissenen Packs aufzumachen. Und jetzt ist gerade Happy Hour. Wollen wir ganz kurz gucken. Ich hab gar nicht mal drauf geachtet. Ach, Nasri. Oh ja, stimmt. Nasri ist da. Ich bezweifle aber, dass wir da was ganz Gutes rauskriegen werden. Aber es sind halt zwei 50k Packs. Warum nicht? Happy Hour Pack Opening. Und wir haben hier die 50k Packs. Ich mach sie einfach mal auf. Zwei Stück sind es ja. Das sind 100 Münzen, die ich wieder aus dem Fenster werfe. Wenn es euch gefällt oder ihr selbst mal Packs aufmachen wollt, lasst zum einen einen Daumen nach oben da. Und zum anderen schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA, wo ihr euch auch Münzen holen könnt. Also wir drücken jetzt hier drauf. Action. Und ich mach's mit der Nase. Sekunde. Nase. Und auf A gedrückt mit Nase. Und jetzt komm. Ein mega gutes Set. Ein super Set. Zwölf seltene Spieler. Und es ist dreimal Nasri drin. Robin! Jawoll! Wuhu! Ich dreh durch! Ja, wie geil! Wuhu! Oh, yes! Oh! Wie geil! Ich dreh durch! Endlich! Iron Robin! Wuhu! Mein Team wird nur noch besser werden. Ach, das gibt's ja nicht. Bestes Pack ever. Naja, vielleicht nicht für euch, aber für mich. Also, der besten Spieler, den ich bisher hatte, war, glaube ich, einmal Ribéry. Ah, das war bei FIFA 13. Jetzt hier das beste Pack. Iron Robin! Wuhu! Äh, bloß nicht verkaufen. In den Verein. In den Verein. Nein, pass auf. Wir machen das mal. Ähm, in die aktive Mannschaft. Welche aktive Mannschaft hab ich gerade? Ah, nee. Es ist leider die falsche aktive Mannschaft. Hahaha! Äh. Okay, ganz ruhig. Erstmal beruhigen. Hahaha! Wuhu! Ah, enorm. Wir gucken erst mal kurz durch. Nani. Ja, auch nicht schlecht. Santi Cazorla. Auch nicht schlecht. Godin. Stocz. Ähm, Florenzi. Und jetzt hier, welche, die wir schon haben, den kenn ich überhaupt nicht. Ein Kroate. Xna. Gomez. André Díaz und Aubameyang. Und Wiltshire. Ai, 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 ai. Oh. Mann, das war gut. Meine Fresse. Ah, ich dreh gerade komplett. Also, ich hab gerade so ein Herzklopfen. Äh, das Pack hat sich ausnahmsweise mal gelohnt. Robben, 400.000 oder so ist der Wert. Warte mal. Also, trotzdem mag anbieten. Preisvergleich. Sofortverkauf. Ah, hier ein Robben. Wow! Oh, yeah. Das erste Mal, dass ich sagen kann, dass sich dieses Pack gelohnt hat. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Oh. Also, wir packen erst mal alle in den Verein. Möchtest du wirklich alle deinem Verein hinzubügen? Ja. Okay, wir haben noch welche übrig. Ja, die können alle eigentlich auf die Transferliste. Zack. 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 Alle Basic. Was ich mal gesehen habe, ist, dass ein paar Spieler nicht nur Basic, sondern auch irgendwie Anchor oder sonst was hatten. Das finde ich aber sehr interessant. Oh, Mann. Ich dreh gerade völlig am Rad. Arjen Robben. Wie geil. Den hab ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Endlich mal einen schönen Spieler für die rechte Seite. Okay, cool bleiben. Wir machen das nächste Pack auf. Ich mach wieder ein Nosepack. Hallo? Auf jeden. Ah. Ah. Nase hoch. Und nochmal Ah. Und jetzt Augen zu. Und es ist Sergio Ramos. Ja. Es hat sich doch alles... Das hat sich heute doch mega gelohnt. Einmal kurz durchgegangen. Sergio Ramos. Ronaldinho. Uh. Der lohnt sich doch auch. Der ist nicht so teuer, aber er ist gut. Fünf-Sterne-Skill. Sergio Ramos. Mal gucken. Transfermarkt anbieten. Ich glaub, der ist auch ein bisschen was wert, oder? 100k? Nee. Nee, nicht ganz. 35. Na gut. Trotzdem. Jawohl. Sergio Ramos. Auch nicht verkehrt. Äh. Ronaldinho ist auch sehr günstig, glaub ich. Wir gucken mal. Ronaldinho. Wollo. 3k. Ja. Sehr günstig. Ich muss sagen, das Pack hat sich heute doch mal gelohnt. 100k ausgegeben. Sehr, sehr schön. Bravo. Man kann echt nur bravo, bravo sagen. Well back. Die alte Sau ist auch dabei. Äh. Ihn hier kenn ich nicht. Und, äh. Auch nicht. Ja. Und das sind hier unsere Doppelten. Ab in den Verein. Und hier auf die Transferliste. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Mega geil. Super. Ich dreh komplett am Rad. Da gucken wir uns mal mein, ähm, mein Top-Team sozusagen an. Meine Güte. Ich werde mich auch so gefreut über Thomas Müller, Ibrahimovic oder Starch oder sonst was. Es hat nicht sollen sein. Aber man kann auch nicht immer alles haben. Ähm, Team-Auswahl. Wir gehen mal auf, äh, wir gehen mal auf, was gehen wir denn? Oh, auf Bundesliga. Was habe ich denn hier? Habe ich das? Ne, das gefällt mir überhaupt nicht, das Team. Ich habe ja das Jomp-Team. Aber das ist ja, hm. Also mein Bestes im Prinzip. Wir packen Kuba mal auf die Bank. Piszczek. Ja. Mkhitaryan wechselt mal mit Kuba. Und der wechselt. Spieler tauschen mit Arjen Robben. Uh. Arjen Robben. Auf der rechten Seite. Nice. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Auf jeden Fall super, super cool, dass wir den jetzt haben. Ähm. Den müsste man auch direkt mal ausprobieren. Schwacher Fuß 2. Er ist Linksfuß. Na, 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 gut. Hoch, gering. Ich hoffe mal, dass wir mit ihm was reißen können. Ich weiß es nicht, ob das gut wird. Äh. Ich bin sehr zufrieden. Saubere Aktion. Dass da mal Arjen Robben bei ist. Wenn doch ihr so ein Glück mal verspüren möchtet, wie ich es gerade habe, dann schaut, wie gesagt, in die Kommentare, hätte ich fast gesagt, in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu MMOGA. Dort könnt ihr euch ein paar Coins besorgen. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Ikowski.